Ich habe noch nie eine Prostata-Massage gegeben oder bekommen. Jenny, bekommst du gerade eine Prostata-Massage? Ja. Ich habe mich gerade gefragt, was das genau ist bei dem Mann. Man kann diese Stelle nicht nur von innen erreichen, sondern auch von außen. Denn es gibt ja einen Bereich zwischen Hodensack. Okay, ja. Und Arschloch. Richtig. Wir haben ja über diesen Bereich gerade gesprochen. Und ist das ein Bereich, den ihr so beachtet? Die Prostata. Ja. Also ich war jetzt noch nicht so der extreme Fan. Für die Frauen ist das ja jetzt eh nicht so das Thema. Weil das für den Mann ja eine erogene Zone ist. Um das jetzt mal ganz sachlich hier auszudrücken. Ich habe damit Erfahrungen gemacht. Und es ist bis jetzt positiv aufgenommen worden. Und um das Ganze auch, weil wir sind auch ein bildlicher Stream. Oh Gott. Hier der Hodensack ist. Oh ja, ja. Da ging das Arschloch darstellen. Da ging es um diesen Bereich hier. Mhm.